Ach ja. Felix sag ich ja schon, ey. Siehst du schon was? Ich bin doch nicht drauf. Jetzt sehe ich das schon. Ah ja. Das war die Ausnahme. Mhm. Ja? Ja. Ja, was das machen. Hockt einer aufm Stein. Ja, hier wird sowieso nichts sein. Manche hört's auf mit meinem Rhyme. Peace, ich bin raus. Los. Ja. Alter, ich geh jetzt da weiter hin, ey. Das ist doch langweilig hier. Come on, bitches. Ne, lauf doch einfach mal vor. Dann haben wir jemanden, auf den wir schießen können. Ja, ja. Hast du noch beide Waffen? Ja. Jetzt machst du immer noch ein Ritiboo. Ja, keine Ahnung. Hast du jetzt auch mal bei mir? Gepipipapam. Ja. Da ist ein Rhystrin. Stimmt, ich könnte mich eigentlich mal beschenken, reden uns. Äh, 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 äh. Ach, jetzt habe ich auch, äh... I don't know. Möcht jemand... Handschellen? Nein. Ich habe Handschellen und Schlüssel. Doppelt. Äh, Felix tanzt hier rum. Muss Felix sich irgendwas nähen? Ich habe auch einen Nähkit dabei. Ja, ich glaube die Hose ist ruined, bringt nicht mehr viel. Nicht? Ständig. Du darfst jetzt frotzig sein. Frotzig. Fresse ich die Sardinen nochmal auf. Gib mir nicht zu, ich habe auch genickt hier so. Ja. Bist du gleich. Ich esse schnell meine Paprika. Willst du Handschellen und Schlüssel? Alles. Alles, Willa. Meine richtige sadistische Adler wird jetzt wieder ausgelebt, wenn ich einen Fender. Kannst du nicht, kannst du haben, habe ich nämlich doppelt. Baue ich keine Schiene mehr, kriege direkt einen Burlop-Sack auf den Korb und ist Feierabend. Ich schmeiße dann erstmal hier den Nähkit hin. Auf den Schlüssel. Geht nicht. Kann sie nicht heile, kann sie nicht heile machen. Ja, es war ruined, habe ich dir auch gesagt. Ja, aber ich dachte man. Aber kannst du erstmal behalten, ich habe noch einen Nähkit dabei. Ist cool. Okay, wo wir werden. Die Schüsse liegen auch auf dem Boden. Habe ich schon genommen. Oh, neue Schuhe, meine sind ruined. Ja, meine auch. Der hat mir von unten in den Fuß geschossen, durch die Hose wieder raus oder so. Ah. Wurde doch gar nicht angeschossen. Warte mal, ich muss mal entladen. Ey, das ist immer noch vor den grünen Häusern. Wurdest du angeschossen? Wurden wir doch beschossen oder sowas. Weil meine Kantine ist ruined. Ja, aber wer hat uns denn im Gebäude mehrfach erschossen, Alter? Ja. Meine Hose soll auch ruined sein, aber die sieht gar nicht so aus. Ich kann meine auch hin und die sieht nicht so aus. Ja, ist doch gut. Da brauchen wir auch gar keine neuen. Ey, so jetzt aufmarsch. Wo ist der jetzt schon wieder hin? Ist der doch hier noch bei euch? Nee, der andere. Ja. Hier, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hier. Da, 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 da. Ja. So. Geh jetzt da rein. Geh vor. Diesmal kannst du dir ein paar Schüsse abholen. Ja, komm. Komm mal hier runter. Komm mal hier runter. DDN Nils spielt mit. Bestimmt Nils. Richtige. Hm. Komm mal hier runter. Alter. Habe ich noch einen Blick? Ja. Wir sind jetzt hinter dir. Ich hab Bock hier. Ist doch sowieso keine Sau. So, wir haben es auch dreimal gesagt. Stimmt sind nicht viele drauf. Aber beim letzten Mal waren schürzlich Leute drauf. Ja, das wird erst hier hier so. Wir haben aber drei von BFI oder was weiß ich was das da ist. Alter, in meinem Spiel ist das wie jetzt laggy Euro. Also zumindest so, dass du so über dem Boden schwebst wie ich und tanzt die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Wie sieht das bei dir aus Felix? Kannst du mal. Kannst du mal. Kannst du mal. Das sieht sehr cool aus. Ja. Wie auf Schienen. Ich muss kurz vom Fernseher gucken. Wir rasten da ein bisschen aus. Wer rastet aus? Fucking Hochräuser. Ist er auch hinter mir? Ja, Oli ist brav. Der ist hinter mir. Nur Felix, der alte Schlawiner. Läuft auch noch vorbei ey. Ja. Ich muss meinen Stuhl wieder richtig einstellen hier. Wieso ist er auf Plizzle Schizzle? Heftig Junge. Plizzle Schizzle? Ja. War richtig Krieg im Fernsehen Junge. Krieg. Aber jetzt sind wir schon hoch also. Oh. Ja, deswegen sei ja. Bleibt eher links. Lauf hier unten. Lauf hier unten. Ganz schnell hin. Wie ein roter Blitz. Ich will auf uns. Runden sind Hochhäuser. Oh. Ich will aber auf unsere alte Posi. Seid ihr denn jetzt lange? Einfach nicht gerade ausrichten? Hauptstraße. Hauptstraße. Mitten von Hochhäuser. Hinten wirst du noch was? Machst du denn da? Sitze links. Nimm den Hochhaus. Ist da runter gegangen. Oli, ich hab dich aber ja gesehen. Ja, ich bin noch. Lauf zu weg. Lauf zu weg. Lauf zu weg. Mit dann. Ja, hier bin ich. Wo seid ihr denn? Ja, weiß nicht. Sitzt ihr hier vorne hoch aus? Warum sitzt ihr hier nicht? Lücken wir nicht an. Hö? Wo seid ihr denn jetzt? Da, ja. Seh ich euch. Ich hasse diese Sonne, ne? Oh, ich will eine schwarze Spreedose in den Garagen vor uns. Riech ich was. Riech tot. Mhm. Ich verderbe. Ich glaube auch, dass wir hier gleich hart zugrunde gehen. Ich glaube eher weniger. An einem Spieler. Geil. Garagen. Garagen und Überfluss. Wo ist das Tor auf? Vorne. Garagentor. Ne. Tor zu den Garagen. Ja. Ist schon einer von euch in den Garagen drin? Ja, ja. Oh, ja. Spratze Spreed. Jaaa. Das Tor kann man gar nicht zumachen. Ist im Arsch. Ei. Ja, Tarn-Rosie. Rose mitnehmen. Wie liegt hier noch? Schöne Tarn-Rosie aber jetzt auch. Ah, ich hab gar keine Handschuhe. Was? Wir sind auch über hier. Dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, dass... Pristine? Ja, wie schnell da auch gehen. Pristine. Da liegen schwarze Pristine. Ich hab auch Pristine. Boah, ich nehm jetzt die Schnellfickerhose mit hier. Mach doch, mach doch, mach doch. Ich hab doch einen Cowboy-Hoot hier. So bleib ich im Netz wenigstens anonym, ne? Wenn ich den Helm auf hab. Boah, hier! Uh! Long-Range-Go Pristine! Ja, ich nehm jetzt mit. Kann man nie genug haben von. Kann man nie genug haben von. Boah, hier! Bum, du, du... Na, ja! Hyuma-Mí! Hyio-Mamí! Ja, ich mag diese Hoh... ...Ghetto-Häuser nicht. Schnüll weiter! Schnüll weiter! Spiel doch gar! Ah, Mann, hast du jetzt wieder Aufnahme gedrückt? Nein. Ich guck gleich nach. Wollen wir da in die Dings rein? Hast du den Puff, ja. Hier, hier, ja. Rotsteinviertel? Rotsteinviertel, ey. Wo seid ihr denn schon wieder hingerannt? Oh, Schuhchen. Wir sind hier in der Kneipe weiter unten. An dem Anerkennung. Gesehen. Ah, Schuhchen aus, Schuhchen an. So. Können wir ja schneller laufen. Wir brauchen ein paar Treter. Da liegt eine Brille. Brille. Haben ein paar Treter gefunden. Sind es ja nur Athletics-Schuhs, aber es ist ja erstmal Wayne. Hast du die Brille gesehen? Nein. Oh, hier ist ein Supermarkt. Ja. Jetzt habe ich die unter dem Helm an. Ich sehe nichts mehr. Supermarkt? So. Supermarkt. Ah, Felix. Da, 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 da. Da musste ich reingehen, da waren wir schon drin. Da waren wir schon, ja. Was ist denn da hinter uns? Spiele. Okay. Ja, es ist alles kacke hier, ey. Aber das ist, oh, dass die Supermärkte immer direkt an diesen Hochbesitz sind. Wir werden es ja gleich sehen. Das ist wie im Ghetto, die haben ja auch immer die eigenen. Ja. Wir werden es ja gleich sehen. Wir werden es ja noch nicht beschossen. Wir werden es ja noch nicht beschossen. Wir werden es ja noch nicht beschossen. Nein. Spreit. Ey, spring doch jetzt hier rüber, da kann der nicht rüberspringen. Komm hier nicht mehr rüber. Vorne scheint schon leergelutet zu bleiben. Kann ich nicht rüber? Mal hinten noch irgendwas zu mitnehmen. Pfeile. Ja hier, nee. Oh, fucking ey. Wanger Ball. Ball. Ja, den Ball esse ich jetzt. Ball essen. Checkt ein Pfeil. Die Position will auch einfach gar keiner haben, oder? Checkt ein Pfeil. Hier drinnen, ja. Ja. Ich denke kurz raus. Und jetzt sieht das nicht so aus, als ob der da liegt. Hier vorne, Felix, oder? Wo weiter direkt? Ich könnte jetzt so wegledern, Felix. Ja, mach doch. Wo bist du denn überhaupt? Ja, ja, ja. Komm, wir gehen schnell. Hier so. Bam, 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 bam. Badadam. Das zieht mich nicht. So, komm ich. Uua. Ich bin nicht an die Hochhäuser. Ich bin hinter die Hochhäuser. Das ist dann schon. Da vorne war es auf der Straße. Wo? Da vorne vorne den Eingang offen. Ja. Nee, das ist noch Baumwurzel. Ja, das ist noch Wurzel. Ich geh jetzt hier anders hinten rum. Um das denn? Ach, das kannst du gar nichts machen. Hier sind ja noch Mario-Hochäuser. Ja, ja. Ja, ich wollte gerade sagen. Da hast du nur die Chance, dass du aus einem was rauskriegst. Ja gut, der schießt. Die sitzen hinten im Hochhaus, ne? Oh, ey. Der hört immer wieder auf zu laufen, meiner. Wird kaputt. Nein, wo? Ah. Das ist hier aufzunehmen. Ja, Felix sollt unbedingt in den Sandkasten gehen. Oh, yeah. Gucken, ob das Elektrohäuser noch auf ist. Da müsste auch bald die Polizeiwache kommen, links. Vielleicht findet man ja MP5. Schmeißt ja deine AK weg, ne? War ich echt? Bist du bekloppt? Übelst viel 9mm Munition. Quatsch, du schmeißt doch nicht deine AK weg. Dann pack dir den Rucksack, deine MP. Schmeißt deine Pistole weg. Schön, unser AK-Kampf, mein Franz. Schmeißt deine Pistole weg. Geht's aufs Fabrik-Dach. Nee, hier kann man auch noch reingehen, ne, Jungs? Ja, auf den Turm. Wo? Hier hinten. Ist da was drin? Ja. Ach ja, aber das stimmt. Ah, so schreibt ein Burple-Sack. Eine Rotten-Banana. Manchmal sind die auch Medikits. Oh. Wasser. Ja. Ride. Ja. Oh, ich darf. Dann zieh ich Black Carbo-Pants an. Die sind noch Handschuhe und ein Rope. Wer trinkt? Olli fügelt sich da was rein. In den Leid von dem Spiel. Perrückt. Oh Gott, simultan. Boah, ich hab das. Hast du den Burple-Sack eigentlich? Nee. Da will ich was draus bauen. So. Hast du noch Hölzer? Ja. Ich hab aber nur...